Salat al-Mu'min Die Säule und die Bedingungen des Voodoo und das ist sehr sehr wichtig, weil muss man erstens wissen, was ist der Unterschied zwischen einem Schad und einem Rücken. Al-Rucken ist, die Säule ist, was im Gebet zum Beispiel, wenn du sagst, Allahu Akbar, Takbiratul-Ihram, ist das ein Schad oder ein Rucken? Das ist ein Rucken. Was im Gebet ist, heißt Rucken. Und wenn du das nicht machst, dein Gebet wird nicht angenommen, ungültig. Wenn du kein Takbiratul-Ihram machst, dein Gebet ist ungültig. Das heißt, eine Säule, ein Rucken. Und Asshad ist immer außerhalb, was du machen willst. Zum Beispiel, du willst beten, was musst du machen? Erstens, Udu. Udu ist ein Schad, eine Bedingung. Udu heißt Asshad. Und Takbiratul-Ihram ist ein Rucken. Wenn du diese Schad nicht machst, auch dein Gebet wird nicht angenommen. Anna Rasulah, Sallallahu Alaihi Wasallam, sagte, La Salata illa biwudu. Unser Gebet wird nicht angenommen, erst wenn wir Wudu machen. Ander Beispiel, beim Heiraten. Wenn du heiraten willst, was braucht man? Braucht man ein Walid und zwei Zeuge. Okay? Al-Rucken ist, dass der Wali sagt, Du sagst, Das heißt, ich verrate dich, meine Tochter zum Beispiel, oder meine Schwester. Der erste Walid. Du sagst, ich nehme das an. Das ist ein Rucken. Al-Ijab wal Qabul. Er sagt, und du sagst, ich nehme das an. Aber diese zwei Zeuge sind auch Säule oder Bedingung. Wir sind außerhalb von Heirat. Anikahal. Diese zwei Zeuge sind Bedingung. Bedingung, Schart. Und beide, wenn einer nicht gibt, diese Heirat wird nicht akzeptiert. Das heißt, Aschartu war Rucknu. Einer ist drin in dieser Sache, was du machen willst. Und Aschart ist außerhalb. Aber wenn du nicht machst, dein Tat wird nicht angenommen. Wenn du keinen Schart machst, wird nicht angenommen. Wenn du keinen Rucken machst, auch wird nicht angenommen. Ab die Fischung. Okay. Das ist erstens. Vorudu, Al-Wudu, E-Yi-Arkanu, diese Pflicht, die Säule, und wir haben gesagt, das heißt, diese Sachen müssen im Urdu sein. Wenn einer fällt, dein Urdu wird nicht akzeptiert. Wenn einer fällt, wird nicht angenommen. Und hier gibt es meine Kirchenheit zwischen Gelehrten. Manche Gelehrten haben gesagt, es gibt acht Säule. Manche haben gesagt, sechs. Manche haben sieben gesagt. Aber je nachdem. Zum Beispiel. Manche haben gesagt, ein Nya. Absicht ist ein Rucken, eine Säule. Manche haben gesagt, nein, es ist ein Schart, eine Bedingung. Hier gibt es meine Kirchenheit. Manche haben gesagt, ein Nya gehört auch zum Gebet. Manche haben gesagt, ja, das gehört zum Gebet, aber das außerhalb vom Gebet, bevor du Allah-Aqbal sagst, du hast Nya. Aber das ist kein Problem, das ist kein Problem. Das werden wir auch inshallah lernen. Also, erst Rucken ist, hier machen wir sechs Säule, sechs Säule, die wichtig sind. Gesicht waschen. Wenn du nicht Gesicht wäscht, dein Wudu wird nicht angenommen. Wenn du ein paar Plätze in deinem Gesicht trocken lässt, dein Wudu wird nicht angenommen. Und wenn dein Wudu nicht angenommen ist, wird auch dein Gebet nicht angenommen. Automatisch. Schau mal, wie das gefährlich ist. Subhanallah. Okay? Also ganz, wie wir auch letztes Mal gesagt haben, ganzes Gesicht. Und für ein Gesicht ist was? All ist ein Schaak. Nase, also was dann, also deine Nase richtig ziehen. Ja? Kamaa qada al Rasul, sallallahu alaihi wa sallam, Baalik fiil isshin shak illa anta kunasa iman, das haben wir letztes Mal gesagt. Und auch al-madmada, weil das gehört auch Gesicht. Nase waschen und Mund waschen, genau, das ist auch Gesicht, gehört auch Gesicht. Nummer 2, also deine Hand waschen bis diese L-Bogen, bis L-Bogen, ja? Und noch bis ein bisschen über, wie auch Abu Huraira radiallahu alaihi wa sallam gemacht hat, nicht übertreiben, ein bisschen über den L-Bogen. Und wenn man immer mit al-Yemien, mit rechts, dann mit links, denn an Rassul, l-Sallum sagt, Wenn ihr Wodok macht, dann findet ihr immer mit Recht, dann links. Das ist ein Hadith von Abu Daud. Und der Sahara und der Abahne, der Rahimahallah. Nummer drei. Maschur Ratsi, das heißt Kopf, ein bisschen deine Hände. Also nass machen oder feucht machen und dann rüber. Und letztes Mal haben wir auch gelernt, wie man auch unseren Kopf streichelt. Und Ohren gehören auch, Kopf auch dabei. Ohren gehören auch, Kopf. Der andere Rasul, sallallahu alaihi wasallam, Al-Udhunani, die Ohren sind von Kopf, gehören Kopf. Und diese Kopf streichen, gibt es drei Arten. Erste Art. Maschur Jami'ar Ratsi, ganze Kopf streichen so. Von Anfang hier von deinen, die Haare, also wächst bis hinten. Deinen Nacken heißt das. Okay, das ist ein Arten. Die Zweite Art ist, Al-Maschur, Al-Maschur, Al-Amama, Al-Muhannaka, Wohada. Wenn jemand ein Amama hat, diese Turban, darf man auch drauf streichen. Musstu nicht ausziehen. Musstu nicht ausziehen. Er hat selber gesehen. Ich habe den Rasul, sallallahu alaihi wasallam gesehen. Er hat auf seine Amama, auf seinen Turban drauf gestrichelt. Auch auf seine Kopf, auf seinen, wie kann man sagen, nachher diese, sich, lederzocken, zum Beispiel lederzocken, ja. Und das werden wir, in zwei Wochen, glaube ich, machen. Diese Maschur Jami'ar Ratsi, und die Maschur Jami'ar Ratsi, mit der Maschur Jami'ar Ratsi, nicht die Maschur Jami'ar Ratsi. Das heißt, genau so, das Mann, oder wie man, bei dieser, lederzocken, auch genau so bei der Maschur Jami'ar Ratsi. Okay. Die Schrift der 3. Der 3. ist, Al-Maschur, Al-Naschur, und die Maschur Jami'ar Ratsi. Das heißt, ein bisschen so, Al-Naschur hier, das heißt, musst du ein bisschen deinen Kopf frei machen, damit das Wasser, dein Haar ein bisschen anfasst, und dann auf deine Imama. Okay. Das ist genau wie du sagst, die Hälfte Kopf, und die Hälfte Amama. So hat auch Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallam, gemacht. Der Hadith, Al-Mughira, ibn Sha'ba, radiallahu anhu, قال, anna, al-Nabiyya, sallallahu alaihi wa sallam, ima tawadda, hat wadda, hat wadda, gmahat, mhmus alaihi wa sallam, wa maschah binasiyatihi, wa al-amama. Das heißt, hat tehlf, tef, und zain kuf, gich tchachachn, mit auch auf zain amama, gich tchachachn, wa ala khufvii, mit auch auf zain leidazookan. wa al-a khufvii, wa ala khufvii, wa ala khufvii, wa al-awaihi wa sallam. Einfach nur drauf machen. Denn Rasulah hat auch das gemacht. Und damit gemeint, nicht nur extra für Männer, sondern auch für Frauen. Denn Rasulah kam nicht nur für Frauen, nur für Männer, sondern auch für Frauen. Außer wenn Ausnahme gibt. Alles, was Mohammes gemacht hat, ist gültig für Männer und Frauen. Außer wenn Ausnahme gibt, dann Rabian, also Nummer 4, Säule Nummer 4. Dass du deine Fuß bis Knüschel wäscht. Und hier merken, oder viele Brüder oder viele Schwester, die merken nicht, dass die diese Knüschel nass muss. Manchmal, du siehst jemanden, der kommt, besonders im Sommer, der macht Rudo, aber sein Knüschel ist immer noch trocken. Wenn das trocken ist, dann sein Gebet wird nicht angenommen. Das heißt, wenn du nicht dein Knüschel wäscht, musst du aufpassen, dass Feuer dort kommt. Kommt. Das ist nur eine, damit er uns motiviert, dass wir immer unsere Knüschel auch wäscht. Und das merkt man, wie gesagt, immer noch viele Brüder, die waschen ihre Füße, aber nicht bis Knüschel. Und diese vier Sachen, diese vier Säule, steht im Koran. Das sagt Allah in der Säule Nummer 6. Und dann streichelt ihr auch eure Kupfe. Und eure Füße bis Knüschel. Das ist diese vier Säule. Und dann kommt noch die fünfte Säule. At-Tertib. At-Tertib heißt diese Reihenfolge. Nicht wie du willst, nach deinem Hauer, dass du sagst, ich kann heute mit meinen Füßen anfangen. Und da mein Gesicht. Und da mein Kopf. Also durch einander. Wenn du so machst, dein Wudu ist ungültig. Muss diese Reihenfolge genau sein. Wie auch Allah in diesem Ayah auch gesagt hat. Und wie auch Rasulullah auch Wudu genommen hat. Und wir haben gesagt, dass Rasulullah hat von Jibril gelernt. Und Jibril hat ihm beigebracht. Genau so muss man machen. Nicht wie du willst. Okay? Nummer 6. Al-Mualat. Al-Mualat heißt, dass du zum Beispiel, du hast dein Gesicht gewaschen. Okay? Was kommt nach Gesicht? Hinde? Oder Kopf? Kommt nichts? Hinde. Oder nichts? Hinde. Ihr seid auch durcheinander. Okay? Okay, kommt Hinde. Das heißt, du hast dein Gesicht gewaschen. Und dann kommt dein Bruder. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Und dann redest du mit ihm. Bis dein Gesicht trocken geworden ist. Und dann sagst du, okay, ich mach weiter. Hier. Darfst du nicht machen. Dein Wudu ist ungültig. Das heißt, Al-Mualat musst du, ich kann sagen nachher. Ohne Unterbrechung. Ohne Unterbrechung. Ohne Unterbrechung. Das heißt, ein Organ gewaschen, nächste Organ. Nicht, dass du richtig schlau machst und dann kommst und sagst, okay, jetzt habe ich Lust, wieder mein Kopf, also zu streichen. Ohne Unterbrechung. Okay? L'hadiith Omer Ibn Khattab, r.a. Das heißt, ein Sahabi hat Wudu gemacht. Aber hat etwas, ein Fleck, die immer noch trocken ist, hat nicht nass gemacht. Wie zum Beispiel Knüschel oder Gesicht. Rasulullah hat ihn gesehen. Keiner, keine, keine Muallim, der Verein Läger, damit er auch den Sahaba beibringen. Faqale lahul Rasul, faqale lahul Rasul, sallallahu sallallam, irjeh, faachsinu Uudu ak. Geh zurück und mach richtig Uudu. Geh zurück und mach richtig Uudu. Fa-raja'atumma salla. Das heißt, diese Bruder ist, Raja hat Uudu gemacht, fa-salla, hat gebetet. Subhanallah. Das heißt, er hat sein Uudu von vorn an wiederholt. Wie gefährlich das ist, Subhanallah. Das heißt, wenn man Uudu macht, dann muss man richtig achten, dass alle Organe richtig nass sind. Wenn ein kleiner Fleck geblieben ist, besonders hier manchmal, bei unseren Händen. Das heißt, er kommt nicht das was hier. Also durch meinig. Ein weiterer Hadeith steht in Muslim. Ein weiterer Hadeith an Ebi Daoud, an Nabiya, sallallahu alaihi wa sallam, raha rajula, hat aina, sahabi geseh, yusalli wafi zahri qadamihi, lumatu qadrin qadri dhirhami, lam yusib halma, hat in zainem qadami, in zainfus. Das ist das ein Fleck, amme trocken ist. Al Rasul sallallahu alaihi wa sallalam, hat ihm befohlen, a knew udal wudhu wa sallah, weil dieses Bruder hat wudhu gemacht, hat Allahu akbar gesagt, hat schon angefangen. Lakin al Rasul sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam, geh zurück und mach ich wudhu und komm zurück. Dann komm beten. Hadidu mesleich wa sallahu alba na rahimahullah das ist wie gesagt eine eine säule ist auch sehr wichtig das heißt keine oder ohne unterbrechung muss man auch machen jetzt die bedingungen von erstens diese säule was wir gesagt haben wenn einer von uns das nicht macht sein wudu ist ungültig und wenn wudu ungültig ist unser gebet wird auch nicht angenommen und auch genauso bei der säule bei die bedingungen bei schroth schroth sind zehn erste schatz all islam dass du muslim bist nicht dass du ein wolf ist von einem wolfie auch wenn er zum beispiel macht und betet werde ich von ihm angenommen weil er wohl für ist okay al islam zweite bedingung ist alakl verstand dass du akil bist lana die bade tehtagung alakl nicht dass jemand verrückt ist der weiß nicht was er macht alakl und nachdem du mal so gelackt wenn er die art oder hat er nur hier ist auch eine einnehmer diese diese nehmen wir zu haben und gesagt immer hier es gibt menschen die akte haben aber durch diese ab die sind in jahann am gelandet das heißt es ist kein ab wenn dein abgel dich ins feuer rein bringt dass es kein abg ist ein 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 der wagen die noch die auch abg haben die werden in jahann am sagen wir hätten nur unser wir hätten gehört oder nur unser verstände benutzt werden wir nicht hier landen zu spät okay das heißt eine zum beispiel ein kind der weiß genau um was geht nicht ein kind drei jahre oder zwei jahre er macht alles durcheinander es heißt dass man weiß was man macht ja ein kind der zum beispiel sieben jahre acht jahre der weiß genau dass man jetzt so gemacht handel aber ein kind der noch noch klein ist jung ist es ist kein problem heißt an der menschen und ein nie absicht und hier habe ich euch gesagt es gibt manche glätten dann gesagt absicht ist von säule und manchen darum sagt nein es ist von bedingungen dabei ist es klar ist es ganz ganz normal gut absicht ich habe euch auch ein beispiel gegeben jemand zum beispiel ich kann euch sagen jemand einfach der ist zum beispiel jemand der schon ist er muss aber weg machen aber als ein bad war hat geduscht ganz normal geduscht und danach fällt ihm ein dass er nicht also aber weg gemacht hat also ist muss er noch mal rüssel machen oder nicht doch er muss machen er muss machen warum weil er hat geduscht aber ohne absicht dass er selber weg macht sein dusche muss er noch mal wiederholen oder jemand da zum beispiel lernt der land wie kann man doch machen und danach hat wohl absicht geben also absicht die so gemacht danach wollte er also beten auch genau so wird auch nicht von ihm angenommen warum weil er von anfang an hat kein absicht gehabt dass er mit diesem modus bettet ja ist nicht krank meine schiebt er ist nicht krank und der hat mit wo du angefangen obwohl er immer noch tropft wird auch sein sein design seine wälder nicht angenommen aber wenn jemand krank ist zum beispiel jemand der selbe ball hat diese bei ihm tropft immer in diesem fall ist es kein problem warum weil er eine grund hat weil er krank ist in diesem fall auch wenn das tropft er kann immer noch gut machen ich meine nur jemand der nicht krank ist und der merkt dass immer noch tropft hier darf er nicht mit wo du anfangen erst bin er damit aufhört habt ihr schon handel ist in der auch sich mal ein bisschen ja auch ist es mal ein bisschen ja dass du sauber machst nur wenn du in toalte bist oder mit wasser und all ist immer ist mit mit steinen aber hier auch eine sache es gibt viele leute die wollen wo machen und die denken dass die immer sauber müssen muss man nicht braucht man auch nicht das ist nur was ist das war musst du wenn du auch dein geschäft in beide gemacht hast dann ja oder zum beispiel diese luft musst du auch nicht waschen will diese luft raus gekommen ist muss man auch nicht in toilette und dann extra wieder sauber machen nein erst wenn du dein geschäft machst dann in diesem fall braucht man all ist hin oder all ist ich war einer von beiden welche nummer jetzt 446 ok ok also nächste ist sechste oder siebte jetzt kommt sieben ok sieben ja siebte stimmt tahouretelma waibahatihi das heißt tahouretelma das das wasser wo du wudu nimmst muss sauber sein ok darf man nicht mit champagner wudu machen ok so das wasser muss sauber sein zum beispiel sauber von ein fluss oder von mehr sogar auch dürfen wir auch von schnee dürfen wir auch regeln dürfen wir auch hauptsache das wasser muss als sauer als wasser sauber sein außer wenn steckt was noch farbe schmeckt auch farben meine ich und dann schmeckt wenn das nix dieser geschmack diese drei sachen geruch geschmack und farbe wenn diese sachen enden in diesem fall dürfen wir nicht das wasser nehmen wo er hatte heißt dieses wasser muss deine sei nicht von nicht dass du geklaut hast und damit wurde gemacht hast dürfen wir nicht das wasser muss also ich meine ich meine nicht dass du sagst okay muss hier darf ich nicht so machen doch du darfst du moschee machen ich meine nur wegen du etwas geklaut hast die also das wasser gehört nicht hier genauso wie auch die geletten gesagt haben dass man nicht in einer erde betet wenn du diese erde von jemand und recht genommen hast darf man nicht also das heißt dein gebet wird angenommen aber mit essen mit sünde habt ihr schon das heißt ein stück gehört nicht dir aber du hast jemand angezeigt und das und das bist du bist diese erde stück dir gehört obwohl das nicht hier und du willst da also drauf beten also dein gebet wird angenommen aber mit essen mit sünde genauso auch kann sein dass zum beispiel jemand also besonders in dürfe es gab immer die machen immer also zum beispiel einer nimmt ein stunde anderer nimmt zwei stunden damit er seine seine pflanzen gehst und dann du bist du nimmst drei drei stunden statt eine stunde das ist nicht ein recht das heißt von diesem wasser wenn du nimmst dein gebet wird angenommen aber mit sünde warum weil das nicht ein recht ist okay nummer 9 wo er sei hat mir in der rufu lieben wasser was noch zum beispiel hat wenn du creme in deinem gesicht hast und diese creme ist und unsichtiger und 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 durchlässig wenn du drauf wasser macht das heißt diese poren werden nicht wasser bekommen wenn du deine deinem ist ungültig okay und das ist besonders bei bei frauen die schminken die schminken drei oder vier schichten und dann nun normalerweise nur eine schicht kommt nicht wasser drauf also durch was es mit drei schichten ist noch schlimmer das heißt wenn jemand das benutzt und der weiß genau dass das wasser nicht durchgeht sein gebet zu haben da wird auch nicht angenommen ja aber sagt schwester du musst beten sagt aber was ist mit schminken ja musst du beten machen wenn die video macht dann diese make-up wird kaputt gehen das heißt sie brauchen wieder noch drei stunden und das heißt sie ist zuhause erst in der stadtzeit seit fahrzeuge okay und letzte ist doch wohl wagt allem ein halter oder immer die farbe das auch ein schad ein bedingungen jemand der krank ist jemand der zum beispiel immer diese flüssigkeiten bekommt es ist besser dass er wo du macht erst wenn er dann da ist okay nicht vorher so sagen mal zwei also eine stunde oder halbe stunde jemand der krank ist und hat diese urinkrankheit besser dass er so fünf minuten oder erst wenn er dann kommt dann macht 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 er wo du auch wenn das weiter tropft ist ist kein problem nicht dass er ein stunde zum beispiel vor dem anderen macht und dann andauer tropft 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 das nicht bei solch leute die heilen dass die kurz oder erst wenn er dann da kommt dann die dürfen nur druck machen okay nummer sechs so die sonnen was im mode sind erste ist laut machen wir ein bisschen schneller deshalb damit wir diesen themen von mutter fertig ist erste ist es sie auch benutzen das haben wir auch gesagt zweite ist rast für kaffee nie außen wie außen dass man erstens unser hände waschen besonders wenn du vom schlafen aufgestanden bist bevor du dein hände in einmal rein machst wasche erstens meine hände dann nummer drei denk dass man richtig schreibt nicht einfach nur wasser durch und dann einfach so muss nach sein aber trotzdem musst du richtig schreiben okay musst du richtig reiben nummer vier das lied um alle rastlichen bodo dass man dreimal unser hände zum beispiel dreimal sachen was man macht und wir haben auch gesagt man darf auch zweimal unser hände waschen unser gesicht auch was und 22 und gibt es auch ein hadith nur einmal das auch machen je nachdem und wie die lage ist wenn was hat genug gibt da macht dreimal wenn nicht dann nach einmal reicht wenn du zum beispiel du willst immer die gemeinschaft gebet also erreichen dann nach einmal und dann kannst du immer noch erreichen je nachdem das ist dieses diese situationen die uns auch hilft nummer fünf macht man diese erstens diese söhnen was man jetzt sagt wenn du das nicht machst wird ein gebet oder angenommen doch wird angenommen aber mit weniger punkte wenn du das machst kriegst du noch belohnung Nummer 6 die zwei Rekkaaten nach dem Wodoh ist auch von Sunnah man kann hier die die Hadeet von Bilal Nummer 7 dass man nicht so viel Wasser verschwindet in den muslimen auch in einem Mubaddinakainu ich war ein schaiatein an Aisha ta radiallahu anha qalat anna rasulallahe sallallahu alaihi qalana yakhtasul min ina'in tat rasulallah mit von ein Eimer immer rüssel gemacht diese sunnah ist auch ausgestorben min aljana ba ok und das war ungefähr so zwei liter diese Richtung subhanallah zwei liter ananas qal rasulallahe nukkala kala nabiyu sallallahu alaihi wa sallam mit mit halb liter macht er wudu und die gelten da haben auch also richtig gemessen wie viel das ist also da haben gesagt beim Wudu ist halb liter beim rüssel ist zwei liter das ist unglaublich jetzt sogar gab eine 1 1 1 ein tabi hat ein sahabi gefragt wir hatten haben es geschafft mit zwei liter zu waschen sagte ich kann das nicht machen das mir wenig und dann sagte sagte ihm die sahabi er hat ihm gereicht obwohl er lange haare gehabt hat länger als deine haare und trotzdem hat er erreicht also gereicht also ich kann jetzt sagen nach mit dem man okay wenn na war na kann war wagen 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 Jasa'u Talatat Amdad kannte unsere Mutter, sie war oder sie hat mit Mohammed auch schon gleiche Eimer gewaschen und war nicht so viel Wasser Jasa'u Talatat Amdad so auch in diese Richtung 4 Liter, 5 Liter diese Richtung beide benutzen die das und heute die Menschen Inshallah heute das Inshallah die Das ist die Geschichte von Gott, was er an den Nabi, der gesagt hat, als er die Ratsun, hat er gesagt, dass er über die Frage gestellt hat. Zitzen er sich in diese Umme. Die abgültere die Werte, die die in die Abenteuerung und der Abenteuerung. Das ist ein paar Leute, die die Abenteuerung von einem Abenteuerung Das ist jetzt. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Tekelme an halina. Hat über unsere Lage jetzt gegründet. Allahumma salli ala muhammadin. Wa ala alihi. Malka Allahi fiikum. Jazakum allah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.